Hallo liebe Lask-Fans, da ist der Schörge. Morgen geht es endlich los. Wir werden sich für euch in den Arsch aufreißen, das ist unser Ziel, dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Ich hoffe, ihr unterstützt uns morgen auch und die Mannschaft, glaube ich, sieht es auch so. Schauen wir mal. Schalalalalala, schalalalalala, 19! Lula! Schalalalalala, schalalalalala, 19! Lula! Also liebe Lask-Fans, morgen 15.30 Uhr, geben wir 90 Minuten Vollgas für den Lask, für uns, wir mit euch, ihr mit uns. Bis morgen!